Gott ruft von dir, o komm, du Christus, den Herrn. Heu, komm, vergeben, heirat, iso, jen. Fri, wosch, die worden von Sünden von Daut, die bestbeschützende Trübsal in Not. Gott ruft von dir, o ja, Soma, den Fremd, blieb doch nicht länger, sing, jener empfiehlt. Selig ist jeder, der Jesus annimmt, jedoch Gott ruft dir, der Haar ist in Fremd. Gott ruft von dir, o will's hei, er mag dir leift, in wel deich Christus, nu rad in deich sein. Nu ist deich nur für die Öffentlich-Fremd, morgen kon sein, es dort heil o'l verbehe. Gott ruft von dir, o ja, Soma, den Fremd, blieb doch nicht länger, sing, jener empfiehlt. Selig ist jeder, der Jesus annimmt, jedoch Gott ruft dir, o ja, Soma, den Fremd. Gott ruft von dir, o dringend, komm doch nur mir, dann bloß bei Jesus erst friedlicher Rüh. Wie wurscht aus Gott, siehend, sieh'n oft ansehen, wurscht die in Ewigkeit frei in am Hall. Gott ruft von dir, o ja, Soma, den Fremd, blieb doch nicht länger, sing, jener empfiehlt. Selig ist jeder, der Jesus annimmt, jedoch Gott ruft dir, der Haar ist in Fremd. Hier doch Gott ruft dir, der Haar ist in Fremd. So, alle willkommen hier von dir unter dieser Staubware, was wir alle derich nehmen. Das ist der dritte Port von den Tieren der Staub. Ich darf nicht alle Staub drei Mal reden, aber das ist ein längerer Staub. Ich dachte, ich will mir die Zeit nehmen, um das dort zu bringen. Es handelt sich um uns, wie können es sein, uns moralischer Familienschutz, ja. Wir können es sein, uns emotionaler Familienschutz, wo wir wirklich diese Gemeinschaft, ab dieser Ehe, das Familie, beleben können, und wo wir gerne ein Gleckl, das Leben haben, ab dem Bach, was Gott geplant hat. Dort von der Ousche Teumann, das ist der letzte, wo wir von der Familie Teumann reden, da wird noch viel Meiersaniter reden, aber ich will dann wieder gehen, und nächster. Und da werden die Teumann heute Mama und Papa verloren. Das ist auch ein Ding, was zum Beispiel natürlich passiert hat. Wir sagen es dort, dass wir ein paar jungen Meiers, und die verlieben sich, und die wollen sich befreien. Und sehr viel Mal passiert hat auch, dass sie in dem Hüsterüttrag in den Fangen erinnert, wo er mit dem Teumann ist, dass es da war, wenn es gesagt hat, du hast noch Meierbeinen, als bloß von ein Hüsten um andere Traken. Du hast noch nachschaufe Meierbeinen, und das Mama und Papa verlassen, als bloß zu wechseln. Ja, bloß nun einen Böe nach ein Hüsten, und Traken in ein anderes Hüsten an, und dann selber. Ich will erst ein klein bisschen erklären, ich habe ein bisschen einfach das Bild gemalt, an ein Wohntofel, und was wir kicken dauernd, wo viel mal passieren hat. Ich habe das Böeste Poet hier in der Hecht, das ist doller ans Natürljewaag, und wir finden ja auch mehrere Fars in der Bibel, was das leren hat, dass die mensch soll Mama und Papa verlassen. Und wenn wir davon reden, dann sind hier die äldre, wo das Jungwohnen hat, und das Haus, und sie haben eine Verbindung mit einem Mial, und sie wohnen in diesem Haus mit ihrer Allertaub, ja. So, das sind zwei Familien, wo er noch Gottes Plan entwickelt hat, dass er Menschen gibt, Kinder gibt, und dadurch, dass die Kinder waren abgetragen, gibt es Menschen, ja. Und was passiert ist, das Connects Somewhere is Taub. Hier ist auch ein langer Timer, wir können von reden, wir haben ein kleines Bett von reden, das Wort ist der Waag, das Wort von Waag, passiert dort mit uns Menschen, das die jungen Mial, mit einem Klauhaar, wir sind ein Paar, wir lieben uns. Das sind Menschen, wo dort endlich nicht unbedingt nur Gottes in Wellen daunen, die daunen dort daunen aus den Mauders, die war da vielleicht zum Beispiel, man, junge Menschen, die tübt, die nirgten, nicht dort manchmal, und dann über den Blüft, das ist noch immer, aus dem Jungen, oder dem Mial, und dann wollen wir dort mal proben, und es ist dort jetzt, dort wieder und jetzt wieder, und wirklich, die war hoffige Connection, was Gott geplant hat, das vielleicht nachher hat noch nicht passiert. Und wie weit doch, dass so eine Menschen dort auch von Thuss kommen, und weil ein Heim machen, und das ja viel mal Trouble. Und wenn man Gott sehen will, und weil ich kort erklären, dass Gott das Pläne ist, und wenn ich die Bibel fing, dann sind das ein Paar Älter, die ein Kind haben, und das Kind, das warst ab, und das war ein Mensch. Und wenn du in der Bibel schickst, ich fahre schon mal nachlesen, weil da sage ich das nicht, dass die Kinder selber von Thuss kommen, dass die Mensch selber von Thuss kommen, so, hier werde ich nicht mal einmal abmechsen, dass die Kinder selber von Thuss kommen, oder die selber von Thuss kommen, weil wir da alle dazu nehmen, dass die Menschen selber von Thuss kommen. So, hier haben wir jetzt zwei Sorte von Denken und Kinder. Sind die, die befriedigt sind, kann ich mal unsere Kinder. Ja, wie würde ich sagen, dort sind unsere Kinder. Aber wenn wir die biblische Wahrheit erklären, sind dort nicht mehr die Kinder, wo wir als Älter verantwortlich sind, denen abzutragen und zu lernen. Dort sind solche Kinder, die wurden wie Haar abgetrocknet und gelehrt, und dort sind Menschen geworden, und die sind alle von Thuss gehen, die sind alle Thuss verlassen. So, und dort passiert es, dass diese Älteren ein Mensch abgetrocknet haben, was er Kind ist, und das ist ein Mensch geworden, und so hat diese Älteren ein Mial abgetrocknet, und Kind abgetrocknet, was es ein Mensch geworden, und die haben durch den Wellen Gottes, so wie er geplant hat, dass man in der Früh hat, eine eigene Leib gefangen. So, wir können von verschiedensten Sorten Leib reden. Eines ist die Agape Leib, kann man sagen, die järtliche, dupe, hoort Leib, und das andere kann man sagen, das ist eine Fleischel, geüttelt die Leib, was wir mit Ewen checken. Und dann ist noch diese Älteren leib, was Gott gemeldet hat, wie können wir sagen, das ist dort zwischen. Du hast nicht bloß die Däuner, mit einer Ute, all die Fleischel, die Charpe Leib, du hast die Däuner, mit einer Leib, von hoher zu hoher, was Gott geplant hat, ab diese Ehe, die Leibesteit, zu leben. Und da ist dort leib, das ist wie ein Klima von Redeweil, was Gott sich geplant hat, wo ein Mensch soll, Mom und Papa verlaten. Wenn sie hat, ihr feilt, an sie in hoher, das Jung, das Mensch, die hat, ihr feilt, an sie in hoher, dass du es in der Person, wo ein Meegons, kloas, von hoher zu hoher, sind wie ein. Wie traut ihr top, das ist ein Maganäte, traut ihr top. Und das ist, was duperiert, als bloß in der Öde, die Fleisch, die Sex live. Das ist eine Anlage, die Gemeinschaft live, oder ich würde gleich in, die Leibesteit, mit top zu sein. So, die Leib, wenn die kommen, dann ist das Tiet, das Dismans, und Dismans, Mom und Papa verlaten, und die zwei, wo er ein Fleisch, sagt ihr, ein Charpa, eine Familie, ein Paar, und da ist fang, ein frischer Himmel. Das Kort natürlich erklärt, was das Bild soll sein. Ich sage, natürlich, das ist nicht unbedingt ein Bild, was Gott geplant hat, in eurem Leben zu haben. Das ist ein Bild, von was Gott geplant hat, hier auf dieser Ehe zu haben, vor uns Menschen. So ein wertvolles Ding. Viele Menschen, erkanne das nicht, und in eurem Leben, der hat sehr viel Trouble, so ist nicht die Leib. So das Bild habe ich natürlich erklärt, und dann haben wir noch ein Paar von dem, der Mensch soll, Mom und Papa verlaten, und das handelt sich viel, da war, um das eigene Paar, was eine Ewigkeit nennt, jetzt. Und da ist das unerste Paar, dass der Mensch, soll, Mom und Papa verlaten, am, dass er von ihr Leben ist, was ewig ist. So in die zwei Dinge, was wir von der Oben, im besten Teum auf haben, und sein, ist das gerne, was an Lehren, was uns wirklich, was wertvoll sind. Wenn wir hier reden, von dem Mensch, so Mom und Papa verlaten, am, dass er von ihr Leben ist, und das meint, auch wahrer, nicht Kinder. Kinder sollen, die Kinder sollen, wie die Äldere bliehen. Wie fing ein Versch, das sagt, die Kinder sollen, die Äldere gehorsam sein. Da sind Versprechungen ab, wenn du die Äldere gehorsam sein, dann kannst du lang leben. Dann musst du viel Gleck haben, viel Sehen haben. Das ist für Kinder, das ist nicht unbedingt für Menschen. Da muss ich nicht, dass die Kinder, wenn die geräutete Menschen sind, und gehen für die Haus, dass sie nicht eine Connection haben mit den Älderen. Das ist nicht, was ich meine. Wie ist ein deutliches Geheimnis zu finden, was Gottes Wort rückbringend hat, was uns sehr klar liebt, dass es ein frees Geheimnis gibt, eine Verantwortung, wo Gott selbst mit Connection will. Ja? Ich will jetzt hier zum Versch rückbringen, der Teufel, wo ich will rückbringen, auf die Däune, dass wir ohne Angst, Männer nicht, die viele Probleme haben, in eurem Leben, was eine Connection ist, von nicht, Mama und Papa verlassen. Das sind zwei Säte von das. Und ich habe manchmal gesagt, hier fehlt vielleicht noch, was ich, zu betreten, Gottes Wort, nein, ich glaube nicht, dort das. Aber hier sage ich, in Gottes Wort redet viel von Kindern, Zelle, Mama und Papa verlassen. Aber das sage ich, nicht, dort äldre, Zelle, Kinder verlassen. Ja? Warum nicht? Habe ich nicht so klar, und da werde ich auch nicht viel von reden. Aber mir scheint so, von der ersten Dage, wenn ich ansonsten, dort auch noch ein Ding, vielleicht fehlt es nicht zu lernen, dass äldre sollen die Kinder loslaten. Vielleicht fehlt es zu lernen, dass äldre die Kinder verantwortlich machen. Dort hört es sich ein bisschen besser. Dort ansatz, wo wir es an die Kinder zu lernen, dass das Menschen sind, und die verantwortlich vermerken, als ein Mensch. Und es steht, der Haule aus den Kindern. Dort habe ich mir erfahrt, von in der Bibel, dass die Menschen selbst verantwortlich waren. Ich sage, hier ist ein Ding, wo ich sage, die Vora wird nicht von dem Sehnsin der Sünde sterben, und so wird die Sehnsin nicht von der Vora sein. Dort hat ganz in den Eintragen, und ich sage, jeder einer ist für sich verantwortlich. Nie, dass der Mann leert es ab. Ich habe hier acht Städte in der Bibel, wo wir direkt mit dem da haben, da würden wir noch viel mehr ein Verschen abnehmen. Aber das ist auch, weil wir in den Klienbätschewer gehen, wo er zeigt, dass der Mensch soll Mama und Papa verlassen. Das erste Mal sind zwei acht Tieren. Und ich weiß nicht, worum das entsteht, das erste Mal sind zwei acht Tieren. Wahrscheinlich, wo er einen Eifer hat, hingehaut, vielleicht auch nicht, aber das ist doch geschrieben, dass der Mensch soll Mama und Papa verlassen, und er soll mit seiner früh einwohren. Das ist doch geschrieben. Und dann habe ich ein Mann verlassen Vater und Mutter und wird ein Fleisch mit seiner Frau. Der Mann verlassen Mama und Papa und er wohnert ein Fleisch mit seiner Früh. So, das ganze Mann fängt an, dass er alles rückt, dass er sich entweckert. Und er war es dort. Aber das war von einem Er ist ein Fleisch mit einem Lehr zu tun auf. Hier sagt Abraham, er soll sein Haus zurück gehen und ein anderer Land nehmen, was Gott anwiesen wird. Er soll Mama und Papa verlassen auf den Weg, was Gott anwiesen wird, und er soll er an gehen. Dann haben Matthäus 19 Vers 5, er rät von Mama und Papa verlassen und er war ein Fleisch noch Gott sein Wellen. Er hat sich befreien zu doden. Mutter und Vater verlassen. Ein Fleisch war Gott sein Wellen. So hat es nicht bloß uns Wellen wie das Wellen doden. Nicht bloß die Jungs und Miales die Jank hat sich zu befrieren. was doden ist dort. Dort ist direkt Gott sind Wellen und dort passieren das. Und dann habe Markus 10 7 am Anfang mög Gott den Maunen in der Früh do wehen soll der Mensch Mama und Papa verlassen. So in Epheser 5 ein und daartig du redet von wie Mama und Papa verlassen und die zwei sollen ein Fleisch war noch Gott sein Wellen. So hier redet von Menschen das ist das erste Time wo ich bet will naunen dort wir klar merken dort unsere Kinder werden ab und manchmal fällt sich so dass wir nicht kommen aus äldre die sind bald geraut und wir aus äldre kommen vielmal nicht noch mehr dort wir haben ein Problem wenn zum Beispiel 18 jährige Kinder immer noch so zu behorn als die 13 oder 18 sind wir sagen den himmel kriegt fair wo sie daun ist alle wo sie nicht daun ist alle wo sie kennen wo sie nicht kennen und schien so wie behen und so gnan und verlote uns ab und sind so aufhängig von er und weil sie ist alle länger tust blieben ein hier hat fehl mor ganz of dann seht mich nach wer joh ans haft hat ihr geleckt mit einem jahr weinst was dort ich was tust zu holen aber schlusslich wollt ich doch von tust gönne ja und wie leitet er doch das scheint so wie wir uns eine lust uns ein eigentlich ja nun might wie uns lein weiten das sind zwei Tekens können sein eines von aller sei wie gleichen an se tust blieben nicht bloß tust we wenschen die daunen und verjet manchmal an gott sein plan dass die wirklich selbst solle verantwortlich war und das erwachsen wenn wir die bibel lesen daunen und nicht direkt nicht mal ütge wenn ich habe eine bibel studiert oder sie sei klug in die bibel oder weit alles ob ich das ganze denken studieren und ich fang immer war da wo das redet hat von den kinder selten die äldre gehörsam seien die kinder selten die strof von vora schatzen die kinder selten die mutter er de warnige holen dort fing ich alle doll die abtragung wo wir das äldre kinder abtrag wo diese ding betrag kommen haben so und so go wie selten die kinder strofen ja und die ding sind da aber am brug wir kon te denken dat hier viele faars sind dat chingen auch menschen wo an se chingen wat wie abtrag in da sind zwei wei want die von thus kon befreien sich dat sie natürlich ja waag wie wir als äldre die ma loslote in den seien mit geben ja oder er könnte am drei was noch wie het fall ist an sie chingen in seien mit jeven in loslote die seien wat wie hat met jeven die soll gedrind sein op die woord het wie können zei op gottes woord nicht bloß dat op die woord het van die omstände wo wie leven door wie het in seien met jeven van door wieder en lot die laus en zelf verantwoordelijk war so dan feelt vielleicht die jord so te sei wo seien chingen menschen en wo seien dat chingen ek geloof nicht dat dat neudig is want dat we dan woud we dat in bibel fingen o wa wie fingen som ding in de bibel wat we kan ryt nemen als dat dat is dan woud ik lang reng van dat volk israel nemen do heet sich so twintig johr worum heet sich dat so is weins dat heet sich so dat we twintig johr an aller wat uit jep ten ryt teide dat weide mensche wat verantwirtlich weide wens god hilt den der is die vise goene verantwirtlich ver eire sind en ze moes te ola storven bita jesu an kalab de andre moes te ola storven so heet schaven bild ryt nemen en ek wail j nicht seien dat van der oda motor kreik do mat sen oba wan we check gedoene en mensche het onze erforderung en wie han familie opgetraken van ach chinga en wie hab beobacht wat dat in chinga en bloes kort jen 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 wo ik zei on jen 16 johr doos wo dat anfang dat chinga meie verantwoord opnemen nicht alle chinga beruyn som die ha van 14 johr al so ne verantwoord o som van 18 ha wa meie van 16 johr wo wie ma mo mo yes nu schaft dat nu ha ik mijn sen en mijn dochter wat je zegt en die verantwoord op dat wat je zegt ha en die fort der ich ma dat dat is a stop en dan de nächste stop van mensche war koe wie dat wat mijn vrouw zegt dan zon ze mij alles groot worden die wollen zich befrieën dan maar einmal dacht ze zo mensch wat wat en ze dacht op wat wat die eten maken wat wat die doen want ze niet zegt wat ze doen is alle muf nash en die wel zich niet befrieën wat wat passiert waar maar einmal ver die zich befrieed van achten an juffer ja maar eenmaal dan fout dat dan nam de verantwoord dat dat zo'n ding wat mam nog gezegd had die nam verantwoord op en ähnlich had dat dan ons jonge gemocht dat hij kon mij verloot wat tru werd dat dat we niet dat die antru werden op wat zacht juffer dan wier dan een start voor een bestel wat je don woren ik wist nog van als het wat je don woren ik wens ik de leed me dat dat wanne daar wo een meter los gefall wien en ze vong dem don ik dan jenge ze vle her op dat man go hose wat ze wole don dan had is een fan urs op van pa pan is cham vre wo om antwoorden nemen nu saes 10 jaar fange dit ding aan te andre to word die verantwoordelijk want dan wien miet wagen dan wier vlecht de andre zee dan haes haes vart genomen wier an stoo gefall en haes miet gehold wat tuss am shop meer is an le dat kan se na do zee kome ja wien wien haes an li hoes haes moe na stoo to fahre en wie hole die miet wien pa pa wien so hier san felle geschichte wat we kenne vertalen wier as 20 jaar wierden da ma wier na haines stop bieder kreik in dat bies pa dan sachte se dat shop is gans derg wans in miet wach haren en dan faunde se mi flech wat mat we do ne so vore wat holen ja fort so dan fang do an to miet en an se jones has jol befried vire 25 jah o h wier no 25 jah mag ik nach en groote stop en mes alle jones wat we haren we haren ma dreis so da is haren nicht vele to lesen o ba no 25 jah maar einmal dan kon ek min heng gans jolot en schull er raf lot en an se jones wat down do kon ik me verlo want is ik wel en bit land heip en de kome min no rot freon dan wes dak de had rekenings abgestalt de wes wat se verenom had en se wes wat se verankaste had en dan had se heip 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 wat se to lings wude merken nan kome se papa wat glijf die solik dat heip dat dat de no 25 jah vod dat niet alak krat je waarin ober dat in klien bet niet weet on je fair de jah zool wone je mensche grot zijn wone dat mensche zijn dat je jah bloes als biespelt je ne wale ik zei dat nu 25 jah lewe nischt maar weet wie alles no dat blijft doon nog gans beständig in leren gans besonder wat wie leren moet wieder komen as dat maar een kome kleine chingertje zing rond jaren pak een on de bax de lamp en of een scho van en half een verantwoord wat doe ik met die kleine chingertje de mames kraak zo de fang on chingertje besorgen de fang on chingertje te merken dat mat de leren ik on or so lang van 14 juli het woon cent mat 3 gemerkt wolde ze ding komen an wat we leren onder bleef in don van wackel saas de jure sand wie die man leren sodat is wat wie menschen sand wie was in the band so dat is natuurlijk dan het next ding we have clean bed rede van wat hier met 2 far is wat wie salen loslote am god zin plo in de la zahne nicht klasse 3 8 21 do rät van wo de man soll verantwortlich worden aus en mensch en loslote von wie kenne sei van mom en papa en dat red nicht van die hier sage nicht ma papa wir sagen dat wie loslote donen van onze verjet lewe van dat oule generation en wie zahl an dat nie in ang go ja so nu klien beetje onze tjena optragen en die verantwortlich merken en ek had het woord loslote nu ha ik dolle an verantwortlich merken gedreht wenn es vele van ons menschen wie kenne dat nicht krak verstoene ek soll mine tjena losloten krak en don wat die doene dat is nicht waar ik van red wo ek wel van reden is dat wie het zelf ständig verantwortlich merken menschen te zijn en dat te brug wie onze jade los te laten we kenne nicht bloß met onze jade schoffen en dat sind veel ding wat ik kan nemen en wat ik nu wel even dren is in Abraham in er zich dan weet je wat God zijn plan voor onze king is dat hij zelfs wel met die connecte en zoals wie dit beeld haar van dat mama en papa verlote worden door wies en die maken een hem zo brukken ook menschen van mama en papa los te laten jeslich en die connecte on die war een jes met God en dit port licken zich zo karak och moet het naturel los lot zo als ook mijn jongens en mijn dachten ou wij als äldre onze kinderen klinger har har geliet to beten wie had je liet bibel to lesen wie had je liet abrecht i sen wie had je liet solisch denken jeslich denken en jeslich leven tröde zijn leef dat te red je fred te te genedig zijn all deze dingen die hebben onze kinderen van klinger baan geliet dat zijn all die dingen want die menschisch gerood worden dan brugge die dort los te loten wat die alle geliet ha en die brugge even te drehen no a konsaia gottes furcht dat is niet meer zo wichtig wat mijn äldre zijn als wo wichtig dat is dat ze gottes in jes folgen doen en dit kon ik som erforder mijn een erforder vertalen wat ik jure treng niet meer gewerkt wordt ha wens ik niet klaar had over dat want van de is niet ganz klaar dan we is famil ja ik mijn fru en sam kien wat wil horen mool ons einig worden wie we willen veilig ons van god brugge loten do trof wie mens voert an wel ik had niet elder op zei had elder on onze elder an dan staat op en bor wat we willen weet wat de elder seden er elder rood ons tou bij mijn mam mijn dad leefde niet die rood zei af doud dat niet die haal je dat hier zo goed mijn brud komen en rood die me af doud dat niet dat wat je leid waar dat wat schroods goene waar je met je tjinge haan dat we op mis je own goene door as waar ik klaar anzijne kan niet dan dat ik nu kan dat God zijn jes wie ever mijn mamen mijn bruder die hadden niet gezien waar ik buiten op knij lieg in rood en praag had God wees mij waar ik ganz klaar kreeg dat mijn leven is voor andere menschen en God kan dat is schoven zodat ging niet waar ik ga luet ik laus ik weet mijn broder dat wil ik niet loten dat wil ik verwehren want ik wil ik niet do tam ik zeet na dan do want ik god zien wel last dan wou ik voren want je dat je ben en kort tiet en bout he on he would ons de sache de hand vire dan zwa die sache stahan je vire toren of jolot haure dan zah ich dan to mi weet wat dan ik word die rein alles betonen want ik word die trik vire so so schwierig sache hem dat maar hans weet ik kan beter verstaunen wat dat me het wie mat de mam en pape los lot dat is de jas die hans dan zwa mo wole mat ach ching a mission voren wat an dink wo we all lang had met to don hod en min had vlecht van jong a vorn w an rai when du de op jat fans dan wab i gonne wens dat hore ik beleef met min leib hem ls vore dat mene leven is vorn du kast me brocken wo am du hans chackst wale ik gonne en wo am ak war net der sein wat du merkst wale gonne hier ging net der op van kan ad bolivia dus en de mil ha har en schmack familie wat is ola halb op onze form en onze form der jedid got sehn ans dag vada en se die ans scher mene breude ware en sag mens wat denkst die best no kare getrokken has dat groz schwank so as mens kare kone nu wist alle hengelote nus achten en nemen vore bloes voort dan zou reken check naar de vloer wat ze waag werden dan plan ik wieder ben so leeg in mijn hart en ma ware door wat je op het gen leeg en had en wo God mij en hand naam dat ging niet waag van mij so ek moest mene breude waara los lot en mene mam wier al do wak wait nacht 2 breude komen held mi for saia no is he bier schacklich nicht dat ze me dreck dom seden over dat saia veel dollar an mi wik is wan ze me gepflegt had so saia which had klo en ik moe bloes dat er wier som van de geme wo we wier en ek wier 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 zee met ha en die komen gau wier zee zee wier wier blive wier plone en ver wier voer in dan wier 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 konseln opgekrocht en heng opgelegd met de ganse familie en zee met je geeft en voer we zo ne ding kan ik mij vertalen dat wat je denkt an j j j want ji wier kristus doinen en ji maak het beleefnis wo ji des in fred van god kreien en ji versprek am du kost mi broe wo hemm du wass raub mi aquafolien da maats du mam en papa verlooten den maats du loslooten wenn so sent is a wier volle banger weet wat en som de sain no act for nich even aller lied ik warte aller lied ook se wie die ganz stuttje treng dan frug wie ein paar lied dass ich will help and dan say oh dat would uns interess dat would we well dan sagt die frue no dat we we nicht want so we nicht man so groot ching top sain feine ursake because groot vign j so ja viel weird wie chan man so groot ching top sain nich alle dag so is die groß mama woll nich alle dag mit ihrer dochter phone und whatsapp schack und bilder schack und voire koffie trinken voire ice cream meter in dem mond weite 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 na wof ich mit schwer vora befriert habe mit schwermutter das ist die andere sida vorn wie brocke mom und papa los to lot joh und entscheidungen to melken und weite nie will ich nicht sagen wenn die mam ist die sain die vorn hat die kaffee do dat is fern das nicht wat ich will ruit bring aber jetzt fehl meia ding wat am herankom do paul sage so go 1 kronter 3 halb do sage te dan sack en mens word dan leite los or leg of wat kind is wo wera wens die kind hat wat ek und meine mom papa geholt hat die habe los gelote en ag sin en chint an all machen god dat is min vora en do is wo ik min recht en do sind dan veel so ne einfache ding wat we kunnen sagen oh wat meist dan we kenne nicht me at familie tipp kommen is yes we kenne op den wach dat we ha en hoop wat ever ons has en nicht bloß dat en ik wil nog een lege zijn en ik weet wat som traf en dat is ik hier kan stock met vele lied jonge lied die voren einmal de weg nog äldre en einmal de weg nog schwer äldre ik wil alle afroeren van oops kras mamen in er kind dat bet want sie kregen al maast nicht nu jund ik leif op lang als dat nø ik wil nicht zijn dat jonge lied want die befrid zijn en die far de eerste månader twifle hemel de weg en dat is ok en wanneer zal een hem geplant worden dan meneer is een kammere om thuis en hem ja weet u wat jonge mannen wat hier zijn jonge fruis jonge mij alles de eerste jorden is dat weet dat je in huis beren als dat je bij mamen schloppe guren weet je wat dat meent dat is wekja dat je mia alles en jonges van je befrid zijn maun en fru dat je joon joon beren als emma waa een huis voren wens die hab bed verspreken los te lopen en dat versprek is wichtig te holen en wan die mama vond to de dochter jonge fruis wan die mama vond en zai oh wanne jonge jonge so ladig en de best de laatste dochter wast niet een beetje halpe kummer mi fehlt van de halpen weet je all die jonge dachten welke fair june mama zain sag to mom ik ha niet t ik wail ma min man open bit game spelen van de dan doe je nog nus to reich dat wat we beleven wo do wende sacht tjenga lot alwe los jem man dat hai verspreken die is dochter die has en man die wessen in jonge frühe en du has en man en dort has die verspreken te donen so dat wie klare hier worden en hem geboot dat got zain plan en dat dat verbongen bleef en en ik wil jen gross mamas en mamas mot spreken denk do an wat jie doen wanne jie june dacht jure sehns vores kreik so wanne jie vores versäk june jonge jonge nach was jie den dümmer op kopp te holen na later sehn tag en jete vore schofen en de vore fort vore 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 so hier zon all duse ding wat vore klo mat ha xe ma vore 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 klo ha dat is nich mo bloos dat vore an se king los lot in vore vore die halpen en hem ab büren nich bloos mat do las man na unja stattung dat sei wo se vore 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 en pridja se me mal dan se er dacht sich befreit hat dan hat he die tobt getrid en dan se sch had de cas ter geh hot dan had so frie well get fast geh hot en dan had to sin do to je sa de ho je set en sa da we vore lies van ne on want in an champs en de was warte de fridja ne en da frage ste mom de best von t is 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 am op for you when my help field is am door but when the field and am to let to the floor wash then frage the is the best here not to so as the no bar for champion frage an am lien so champs do as doch dan frage an am lien for all a man non har to dem schwer sen je sagt en man do was no de stod for for no on jes de nicht pape frown for no on frage de ne fru was do pas no stod for when do in dine fru in a stod for dot se don as papas so ja ver fill die for no stod dat se mal einfache ding do gebraucht dat wie mal klar hätte krehen dat wie wale ha no got sin wale selle desse ding passere dat se en bis spiel ja en od wie bergl ching dat le de sent hape verlooten en mat sin fru ein fleisch war en ein heim jeven nat tirlich seilisch os ei leven en jes lich un ja rat wie se da an se ching am tot as june entschädung wo jene choque for wie wale no die choque for en wo jie well for da wans schwe van june ein horden wo jene choque for tot sant nicht wie wat june sae en wo jene choque to for wo june an a for ich tot mat die for ich worden wie sind dort tam halbe wie sind am o when jewel roth ha kum roth ha bans scheid un met die mail en et s ting we ha ook fiel e merkt ik will nicht se wie alles ha got do ons wird batterlich schwa want we maar an worden dat die schwersehens wolle anders als wie tus geleert had wat do as op die steht wo ek in min fru bad am sag ha must dit mull to zippere min mull wie op na mook so dat to en er to wach sie stel tot sind befriede chingen die brok wie los te looten dan channe die feeler merken ek sai so wie ist dit wie brok so wie los te loten dat wie even channe stoene en check wo ons chint en feeler merkt ja wat dat paas te leren wanne seltsas weet je vong en ek has en ding is dat beleefd so waar we nog na laatste ang gong en kort angst genan wo we schloss merken dat nie heim os maun en fru no gott sin gesat snom sind maun en fru gebong ver lewes tid diese gelegen het to merken en wie kunde sa in e e scher jo da will ik van reden men soweit wie alle eie scheidung is niet gott sin welen ab ik wel rede van de ding wat fair eie scheidung is en wat de hand bring so no gott sin welen dan sind maun en fru gebong en erlebe so lang os sei leven so de mensch soll nicht it neing goon wie has so farst in 1. carinth 7 farst tion do redet tolle van de fru de fru soll nech am an verlooten ok dat red war van dreck neing goon ob ak wud gleich in hier in klin weden ab to halpen en dat deze ein het am hem jeslich emotional in natuurlijk passieren hat mina mama seet mij dan me befrieren dat wier soos in de tweede beteerung en ek wist dan niet ne waw ramein en ek walt jund ook niet sey dat wier fras beteeren ober de eerste beteerung meint ek leid des teuflische maag de dieste generation der reed ek mi van wach en ek naam jesus christus an as min leid am leven en dat is wat er mening wil min ene wale en ek walen ek wel boze en ek wel rekt word ek wel farmer ek wel dit ek wel dat ek wel jaans daar moet ik me van waag trein nou moet ik reden van wel wie farmer wel wie israel flehe wel wie nu de joe ek for en dat is in reing gaunset af je en dat wat stemm en dat wat ek an an wer nik kon sek selts af je ben sa ek haf nik ma pape verlooten dat is do not fos en do is een einfache ding met an tom bies wel ek wansch mi van mine fru moet so ee chake brode dat sma dan haf se chake je brode deze schmaak jem zal goud ube na lang nix sma meer dode dan brode zwaara ja de schmaak o mes ube dan feel te solt ik ons hoffel monate je knelt emma waa tjus jato wiet perfect mina papa is nie niet all was was die mato a kane mi pa wien mo stahl je zain was har emma die dit sante ding wo we rede van solang as we leven wel wie top bleib moat em et so ek ge die 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 flech he die he het ik zei wan wie befreed sind jie befreed sind en jie sind gewaant so een et te ha lo dat ze een rier te frejstik en de on ra partner dat is gewaant cornflakes wa dan schmaakt mi dat niet no frejstik wan ek ha cornflakes gewaant en mijn friemor rier rier hof to mare and to on kass nicht to frejstik so wat do we dan dat is een einfache ding ja eerst paar mal eten dan ja ja gleich in mine frise sei na für mich na nie mo ges ong ik woll hier a schluck en beetje war je brot was scho wot eten tweede drede vierde fiefde sa de multe to frejstik eins so at mine fru weet rier so dat is an einfache ding wat over dan oh oh die glas nich rier na wie had it am so je hot wie rier to frejstik wos du wel na corn flax corn flax si for a kater mit mal j wat over dan well so long as me rier n go schmaigt in corn flax kast j do for the rier m aqua corn flax et we hoff dock hoff det x man no that's a thing what we lost lot and I m so n you do yo then do we not rier and other corn flax or any rier and other corn flax da m we ein ham and do we when rier is goat and corn flax is bad is fern nor hoff delete a bad rach liet once we an e ham malkan dan wovem rier a malkan and a corn flax mong sharon and bit mark nap jayton and and what we dot fern der rier and what we do what we do to hiten wer wite no mult t sa for it ni a ham so chav an all das einzelne ding dat is nicht all a schlag wat we geleert ha but we 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 do t t s lot and we make a ni ham t t t t is no a ding on t t sa n sa m li sa schlub mat si wot wii sa wén si san nich krak en punkt en t on li sa de san to ba so furchtba ne de san ne wa de eine minute to lot sa dat mein nich de san ma san t de san to lot so dass diese verschieden hat en da zum die was an you g en wo wii woon as we vormen we wii vormen die san ben de fru vormen ben de fru in jes schafsman ben de fru woon zoi doort na zull vi goch vr fru ans leven abjew ja wo wii bete zane wii doof van leven abjew eind worden dat wii eind worden en hangeven van bad siden jo en dat te brok wie los loot wii vormen vijer 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 en do riet dat krak van dat de fru en de fru soll de moan ungero sein en de moan soll de fru leven en deze 2 de war ein fleisch en der ich wot van mam en pape verloot duffen wo de man pape nicht verloot de can is niet een fleisch vijer en dat je wein niet trubbel en ganz einfache ding een paar lied wat we moet be ons horden de hoere eie trubbel en cijmen wil root ha en die man would je gleicht have an a stad wo de katze pudel in de frijst doen is all wenn stolz wat er trubbel werd de frik kon je dat niet bie bring dat de katze pudel man dat pelt na ferie dreht ma frijst de drede schrozen en 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 mayonaise en al de dressings wat a weren dan zijn die rennen alle verkrijselt en ik weet niet wat ik nemen wil en waar ik leef daarvan het niet goed in ord en mijn frie wel wist waar ze dat in ord had en dan had we we morning de frie de wist niet krak wat ze zal zijn opa ach ze maar een lel ter man ik leef je een andere trubel als de kats op tre hans zaten en dat een trubel is wat je had dan wude ik die hos die rot je weg wude ze go dat die de schledel shop op frijmen en die frie kan de fridge en so schledel stop ze hof aan wanne ze naar shop op dash daar kun ze niet in bed vingen zoveel pral als daar wier en hij is nee wie in de fridge wanne een burdel bed schief stel is een ganz einfache ding op wat de antwoord voor dit is wie niet los die van mam papa dat heb die mam mijn mam za die kertze burdel zodat dat beeld te zijn we dat is echt dat je leid en dat is wie dat waar bij ons so we hebben het om schluss komen we alle op stond en beden himmlische vora ik dank en preis die voor dat ze je weet volle leven wat die hebt gebraucht has voor ons als mens we zijn ze go aan veelen en tiere we zijn dat waarna kou en kolf op waren dat we zijn wo feel die kleine feel uit de nas rit schipen en haar was kem dat dat wij als menschen veel niet dat verstaan kan we zijn wie zo zelfständig en we aan ze merken dat die has voor ons wat feel wat verrat als voor de tiere has we kunnen deze zel die gemeenschap hier en onder leven als familie als menschen als kind wat is zo fein has ingereicht en die woord liet ons te klaar help ons te verstaan dat wie ons voders en ons niet de verantwoord en wale abnemen van ze kind wat des hast je send help ons te verstaan dat du zelf woon zijn het leid zijn en dat we wel is zijn trigg te treten en werkelijk die die kontrol aan er begeven ik bed voor all die wat zich niet weet van mijn papa los lot dat we zijn zelf verantwoordelijk en scheid te maken zodat du dat zene koss die was er hoort gons had die was niet het met hem jes leiden en waar zijn en mijn papa gonne dan die was is al dien waag gonne wie zet dat dat ze los lot en har ik bed en zeen van alle wat wie hier zijn paul die wat hier horchen dan haar dat wie dien woord worden nemen en werkelijk dat leven dat die welt wat zijn wat dien ching dan en jes nomen amen I'm going to a city Where the roses never fade No one's going to be with Jesus In their robes of white array They are waiting for my coming Where the roses never fade Here they bloom but for a season Soon their beauty is decayed I am going to a city Where the roses never fade Here they bloom but for a season Soon their beauty is decayed I am going to a city Where the roses never fade I am going to a city Where the roses never fade Here it is Here they are Here it is Alex shows